Dieses Video ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu der neuen Folge Heavy Rain. Ja, wir waren an der Disco gelandet und da völlig entnervt habe ich das letzte Mal abgemacht. Ich bitte die letzten zwei Folgen zu entschuldigen. Ich wollte, weil man müsste ja und so und dann wird das immer nichts. Das ist bei mir, deswegen habe ich immer länger Spielpause. Habt ihr ja gesehen, das bringt ja nichts, das macht nicht so richtig Spaß. Dann mit dem Bild, ich habe es umgebaut, wieder einen anderen Konverter mit einem Splitter dazwischen und hoffe, dass das jetzt geht und sich das Ding dazwischen drin ausschaltet. Das hatte ich auch schon. Ja, weil mit dieser Super Slim hier, der PS3 Super Slim, die gibt eh komisches HDMI-Signal aus, frag mich nie. Also mit dem Splitter jetzt geht es halbwegs und das Bild ist ein bisschen besser jetzt. Ja, und hoffe, dass dann an alle zukünftigen PS3-Projekte, die werde ich dann mit meiner Slim aufnehmen. Ja, da möchte man vielleicht mal noch eine zweite besorgen, wenn man noch einen Ersatzteil da hat, falls mal wieder was schief geht. Ah, ja, also. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, wir versuchen unser Glück hier. So, und so, ich tue ein bisschen Aufnahmen, habe ich diesmal gedrückt. Ja, der Punkt ist Routou und da gehen wir mal das Spiel fortsetzen hier. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ah, wir warten doch schon nochmal schon tanzen. Ich weiß jetzt, was wir machen müssen. Wir warten noch, ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal gehen muss, was wir machen müssen. Oder ob die einfach bloß guckt. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal kommt, ich habe keine Ahnung, wie der da die andere ins Ding holt. Aber ich weiß nicht, von welchen Punkten wir gestartet sind. Ah. Oder war es das nun schon, weil ich ja da nur einfach ausgewacht hatte. Nein, wir gehen einfach mal hier. Wir gehen mal, wir gehen mal, wir laufen so. Oh Gott, wie war jetzt gehen? Tanzen? Ja. Ach so, war jetzt. Bulim, bulim. So, ich muss mal gucken, ob wir da jetzt hinkommen nochmal. Okay, die Wipp, die, ne, wo rennen die hin? Ah, ich muss mich wieder steuern. Ach, hier vorne war die Wipp lang. So, wir versuchen nochmal mit dem Tanzen, weil ich weiß nicht, ich weiß, was wir machen müssen. Aber wir gucken mal, ich weiß nicht, ob das dann erst geht hier, wenn... So. Natürlich. Von Flirten bin ich wohl durchgerasselt. Der schaut nicht mal her. Tja, wir machen mal einen Versuch. Äh, das halte Genehm. Oh, Alter. Komm, nochmal. Wir hopsen hier. Hopsen. Ja, sag dir mal. Wenn wir das nicht bringen, hat er sowieso nichts. So, da gehen wir mal, da gehen wir mal. Und die aufhübschen Zähne hören. Zeit für der sexy girl. Jetzt musst du wieder, oh Gott, schüttel schrisch. Ja, na, wenn du denkst. So, was haben wir noch? Ja, das geht auch immer. Bluse ein Stück öffnen. Bluse ein Stück öffnen. So, was haben wir jetzt noch? Das war's schon? Ne, das reicht. Ich geh nochmal hin. Mal gucken. Tag. Machen wir einfach den Rock echt kürzer. So. Wie sexistisch du, wie sexistisch du. Das, das spielst du. Das. So, was haben wir denn jetzt hier noch drin? Oh, ein bisschen Mascara ist das, glaube ich. Ist gut, wenn man sich als Mann auskennt damit. So, jetzt sind wir noch was drin. Mal gucken. Oh, Lippenstift. Stift. Gut, dass ich selber mal tun. So, wollen wir nochmal unsere Tanzversuche wagen? So, gibt es noch was drin oder gibt es jetzt nichts? Was hat es denn jetzt noch? Die Piste. Oh. Gut. Da haben wir ja alles jetzt. Nochmal begucken, ob das gut so ist. Nochmal begucken, ob das gut so ist. Oh, na, was mach ich denn? Jetzt spiel. Dort wird doch die Türe. Alter. So, wird das jetzt hinreden. Later. Jetzt hat er jetzt schon wieder das Halschie gedrückt. Guck du jetzt. Jetzt guck du. Jetzt guck du. Hey, du. Heute ist dein Glückstag. Der Boss lädt dich an seinen Tisch ein. Na da. Hey, danke, dass du meine Einladung angenommen hast. Bist du neu hier? Du wärst mir ganz bestimmt aufgefallen. Ja. Ich heiße Paco. Und du? Madison. Ich bin Madison. Ah. Ich stehe auf deinen Stil, Madison. Da wird mir ganz heiß unterm Kragen. Das ist was. Vielleicht können wir diese Unterhaltung ja fortsetzen, aber private. Oh, klar, Baby. Ja, komm mit mir. Aha, na das ging ja flott. So, wo ist denn der jetzt hin? Oh, warte. Der geht bestimmt die Treppe hoch. Wir kommen ja hier gar nicht durch. Jetzt. Jetzt noch mal rein, du. Guck an. Ich gehe rein, bringe ihn mit der Waffe zum Reden und verschwinde, bevor ich Ärger kriege. Alles wird gut. Alles wird gut. Hier, wo ging das mit den Gedanken? Haben wir noch? L2? Ach ja. Was positiv denn? Alles wird gut. Alles wird gut. Haben wir noch? Aufmunteren. Alles wird gut. Ich habe einen Plan. Aha. Ich weiß genau, was ich mache. Haben wir noch Gefühl? Jetzt nur nicht schwächeln. Auch wenn sich meine Knie wie Pudding anfühlen. Jetzt folge ihm einfach ins Büro. So. Willkommen in meinem Reich. Na dann. Oh Gott, das ist sehr schön. Oh, das macht doch was so. Ich nenne die. Die ist ja sonst nur im Weg, Herzchen. So. Zeig mir, was du kannst. Zieh dich aus. Langsam. Zieh alles aus, Baby. Krieg, krieg ich, krieg ich einen Drink? Einen kleinen Drink. Nur zum Warmwerden. Mir ist schon warm genug, Süße. Ja, jetzt wird's heiß. Los, zeig mir was. Ähm, könnten wir... Erst reden? Oh nein. Wir brauchen nicht reden, Baby. Das habe ich satt. Los. Zeig mir, was du kannst. Tut mir leid. Ich glaube, das ist ein kleines Missverständnis. Ich muss jetzt gehen. Alles klar? Ein andermal. Ja. Du hast da wohl was missverstanden, Süße. Du verschwendest meine Zeit. Alles oder nichts, Baby. Und ich will immer alles. Hm. Was müssen wir jetzt machen? Oh, jetzt machen wir uns nackstühlen. Das ist ab 16. Überleg dir was. Ich muss irgendwie hier rauskommen. Ich muss kotzen, wenn der mich anpackt. Ah. Ja. Ja. Rufen. Lampe. Zeit. Tu, was nötig ist, Matt. Spiel auf Zeit. Angreifen. Was muss denn rufen? Was will man rufen? Wenn ich ihm sage, dass ich lesbisch bin? Nö. Ein guter Zeitpunkt für Witze. Hm. Oh, müssen wir jetzt machen, du. Ach, ohne Augen. Ach nee, ausziehen. Hm. Lampe rufen. Was ist denn mit der Rufen? Ich könnte um Hilfe rufen, aber der Kleiderschrank wird der armen kleinen Madison kaum helfen. Hm. Tasche, Lampe, Angreifen. Was ist denn mit der Tasche? Meine Tasche ist zu weit weg. Ich komme nicht an die Waffe. Na. Ich brauche eine andere Idee. Oh, was ist denn nun? Ja, ja, Alter. Oh, was wollen wir jetzt? Oh, das nächste auspacken, du. Oh, jetzt sind wir doch dann nackig. Wir machen es heute nackig. Ups. Ach, mir nehmen jetzt die Lampe. Die Lampe. Wenn ich nur da dran käme, ich hab's. Ich hab's. Bisschen rumtanzen. Hätten wir gleich haben gehen, hä? Baby, Süße. Du hast ja noch... Das hat echt gesessen. Aha. Gut gemacht. Das ist was, Unu. So. Akt 2. Loverboy packt aus. Aha. Noch eine. Ah, zack. Ah, ähnerische Gewicht. Wenn du schreist, bist du tot. Klar? Shit. Was willst du? Du hast eine Wohnung in der Marble Street. Ich will wissen, warum. Ne Wohnung? Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Ja, was muss man jetzt machen? Ach, du Scheißnutte. Du bist tot. Dazu hast du nicht die Eier, Baby. Ich zeig dir meine, wenn ich dich erwische. Oh. Was? Ist alles okay? Okay. Why are you? Hm. Der guckt noch ein bisschen blöde, hä? Wenn dir deine Eier was wert sind, Paco, dann fang endlich an zu reden. Ah, was machst du? Nein, hör auf. Hör auf. Hör auf. Ich... Hä? Was willst du schon mal noch wissen? Ah, was machst du? Nein, hör auf. Hör auf. Hör auf. Ich werd gerade erst warm. Willst du mehr? Ich war nie in der Wohnung. Ich hab die Schlüssel so einem Kerl gegeben. Er hat jetzt was gesucht. Er hatte viel Geld. So ein Dreieck, Mensch, Alter, wie soll ich denn das machen? Wie hieß dieser Typ? Ich... Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Ich weiß es. Ah, nee. Das wird jetzt Mist. Ich verbrech mit kleinen Fingern und guck mal in die... ...kunststribe. Er heißt John Shepard. Mehr weiß ich nicht. Oh, kann man loslassen, du. So, das war doch gar nicht so schwer, oder? Es war wirklich romantisch mit dir. Aber ich muss los. Man sieht sich, Loverboy. Zeit zu verschwinden. Mein Kopf explodiert gleich. Ja. Dieser döllen Mucke, immer dasselbe. Der eindänische Duuuuut. Duuuut. 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 Es macht Duuuut. 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 Jetzt sind die ganzen Rumhopser hier wieder im Wege. Da könnte man eigentlich schon rennen, ey. Komm mal hier jetzt noch. Ach, jetzt gehen wir von alleine wieder. Aha. Nicht da. So, das speichert. Da gucken wir mal. Können wir mal bestimmt Schlüssel an der Stelle. Zeit ist ja oben dran. Ja, es speichert. Es speichert. Oh no. Oh no. Ach ne. Ich dachte, das Bild hat sich aufgehangen. So, meine Lieben. Dann machen wir mal Schlüssel an der Stelle. Jetzt kommt der Nächste in die Disco. Und da gucken wir mal. Haha. Ja, so ganz zufrieden bin ich mit dem Bild zwar auch nicht. Aber da in die unbedingt schnelle Bewegung geht das vielleicht hier. Wie gesagt, ich kriege die Speicherdaten nicht runter, weil dafür brauch ich PSN Plus für das Spiel. Damit ich meine Speicherdaten hochladen und auf eine andere runterladen kann. Die kann ich nicht auf einem Stick speichern. Sonst hätte ich ja gleich das Leben genommen. Also, wie gesagt, wir spielen das Spiel auf der hier zu Ende. Und in Zukunft mache ich das alles, wenn wir PS3 spielen auf der Slim, weil es ist ein bisschen nervtötend. Ja, meine Lieben. Ich hätte die nächsten Folgen ein bisschen ertragen mit zitterndem Bild. Weil ich habe jetzt keine Idee mehr. Ich habe so viel ausprobiert über Dorki jetzt. Oh, ich habe keine Lust mehr. Ja, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich freue mich wie immer. Nette, konstruktive Kommentare. Däumchen da oben den einen oder anderen Abonnenten. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht, dann macht die Glocke an. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.